So, ein Teil dieser Reise geht auch wieder 10. Und zwar der Teil Äthiopien, weil wir uns gefreut haben, da zu sein. Da zu sein war wunderschön, ganz tolle Leute und teilweise auch nicht so tolle Leute. Wir sind wirklich total gemischt gewesen. Ich freue mich jetzt, weil jetzt geht es nach Kenia in den Moyale und da drin ist schon die Keniasseite und das Abenteuer geht weiter. Und das ist noch ein bisschen guter Äthiopien. Und das ist noch ein bisschen guter Äthiopien. Ich habe einen 60er, gerade noch eine Platte verwünscht. Hura Scheissdreck, ich kann es nicht anders sagen. Es kacke mich also richtig an. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Yeah, I'm back. Und was ich alles habe mitgenommen, so seht ihr aus. Und was ich alles habe mitgenommen, so seht ihr aus. Und was ich alles habe mitgenommen, so seht ihr aus. Doring, wie geht es dir das an der Kiste? Oh, schwierig. Und mir geht es eigentlich nicht schlecht, aber wir gehen es gleich mit Corinne. Ja, Hure Dreck. Boah, Kumbasa ist ja mal ein Loch. Dreck. 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 Untertitelung des ZDF, 2020